hallo ihr lieben hallo hier bin ich wieder wie üblich auf meiner täglichen terrasse in meiner täglichen terrassenküche nie auf martin oder innen auf auf meiner terrassenküche dass das hier eine terrasse ist haben wir ja schon geklärt mit unseren zuschauern dass das hier kein balkon balkon wäre auf auf jeden fall hier bin ich wieder und dieses mal mache ich euch etwas marokkanisches und zwar als ich das erste mal gesehen habe wusste überhaupt nicht was man damit macht das habe ich bei einem gastronomen gesehen wer hatte das da stehen auf seinen tresen und in jenem land und ich wusste wirklich nicht was das ist inzwischen weiß ich es weil ich es probiert habe und so begeistert bin das nennt man salzzitronen und ich sage euch hinterher was man alles damit machen kann wieder mal mache ich so ein bisschen my style und das kann aber jede marokkanische hausfrau macht das auch nach ihrem gusto das sind bio zitronen die hatten zum teil kerne zum teil nicht die müssen alle raus weil die haben so bitterstoffe in sich ganz doll gewaschen ganz heiß ganz doll behandelt meine hände ganz sauber denn jetzt werde ich erstmal etwas pfefferkörner rein schütten dann werde ich etwas rote pfeffer bärchen reinschütten in der hoffnung dass die sich auch verteilen dann werde ich etwas von unserem majoran anton da reinmachen das ist wieder meine variation aber warum sollte das nicht gehen und dann muss man diese zitronen scheiben da rein legen wie gesagt hände schön sauber bitte und richtig pressen auch ordentlich runter pressen die müssen richtig eng an eng liegen diese große nehme ich mal nicht und hier sehe ich nur ein stein das ist nicht gut so die große kriege ich auch noch ein sie verschließt mir das zu sehr so jetzt habe ich hier einen such gekocht das ist jetzt die hauptsache er hat sich angesaugt da habe ich drin chili kann man das sehen martin oder ist das nicht so wichtig stern anis chili ganz klein bis chili es muss wirklich chili rein und da sind drin das ist ungefähr liter jetzt da sind drin drei esslöffel salz ist vollkommen egal grobes salz feines salz löst sich eh alles auf ein löffel zucker das schütte ich jetzt da drüber und befürchte ich habe hier noch ein bisschen extra das ist immer nicht so genau abmessen kann wie viel platz danach glas ist so bis oben hin so martin sucht den deckel sucht den deckel ich mache noch mal ein bisschen drauf es muss richtig bis oben hin die marmelade kochen das muss auch immer so ein bisschen überstehen jetzt wird das fest verschraubt und jetzt in der hoffnung dass das auch wirklich fest verschraubt ist mache ich einmal so schüttel ist ein bisschen hin und her mein gott sich das gut aus das machen wir hier mal ein bisschen klatschen damit dieses kunstwerk auch sieht gut aus so wenn ihr das jetzt nicht das muss jetzt erst mal drei wochen stehen das ist etwas was er nicht sofort benutzen könnt das muss jetzt erst mal drei wochen mindestens stehen und dann kann das ein jahr das hält ein jahr das hält immer und ewig das wird auch immer besser und durch diese salz und zucker lösung und diese paar kleinen dinge die da somit drin sind nimmt das seinen eigenen geschmack an so jetzt fragt ihr euch natürlich wozu esse ich das habt ihr fleisch legt euch eine scheibe dazu und schneidet euch immer ein kleines stückchen ab habt ihr fisch genau das gleiche habt ihr einen salat dann könnt ihr so eine scheibe klitzekleine stückchen schneiden und unter den salat mischen ihr könnt mit mit schale ist ja bio und extra mit schale die schale die saugt diese diese lake auf wenigst gutes die schale deswegen wie gesagt ist ja wirklich wichtig gut gewaschene bio zitronen zu nehmen wenn ihr das aufgemacht habt das glas dann müsst ihr es von da an im kühlschrank behalten würde ich mal so sagen nach meinem gefühl ich weiß jetzt nicht wie man das marokko macht aber ich würde sagen dann im kühlschrank zu allen möglichen sachen ihr könnt es auch einfach nur mit couscous mischen oder über spaghetti werfen da könnt ihr alles mit machen das ist in marokko in jedem haushalt das ist etwas ganz normales und und muss immer dabei sein macht übrigens hatten suchteffekt hat zum suchteffekt versucht es mal sieht auch traumhaft aus auch sehr schön wenn ihr mal eingeladen seid bei irgendjemand ich weiß nicht ob diese leute kennt die schon alles haben kennt ihr solche leute die schon alles haben bmw cabrio terrassenwohnung dritten ehemann immer mit knete was schenkt man solchen leuten flasche wein muss schon in der kiste kommen flasche whisky haben sie doch alle macht mal sowas kennt eben nicht jeder und ist was ganz spezielles also auch als geschenk da müsst ihr aber hier tüchlein darauf binden und nicht hier so ein altes gurkenglas nehmen jetzt sage ich wieder ein buch passt thematisch nicht hierzu aber in gewisser weise doch denn dies ist ein buch von eva dem ski das nennt sich garten geschichten es hat bilder von michael so war den kennt ihr aus titanic die new yorker times aus allen möglichen zeitschriften ihr kennt den ihr habt den schon mal gesehen in guten zeitschriften dies ist ein buch sie stellt die frage hat der garten uns oder haben wir ihn es sind geschichten es ist keine anleitung wie mehr ich meinen rasen oder wie erstes martin vertikulieren ja oder habe ich ja fast gut gesagt oder wie züchtig bin ich meine rosen hoch oder so was alles nicht es sind garten geschichten und eva dem ski die wir hierfür auch einen preis gekriegt hat und auch der illustrator hatten preise abgesagt für die bilder die sagen oder sie sagt es tröstet sie es macht ihr mut diese garten diese geschichten aus dem garten oder mit dem garten oder was der garten mit ihr gemacht hat oder wo der garten sie getröstet hat oder einfach nur erfreut es ist ein richtig schönes buch also das ist wieder so eins wo man sagen kann ich habe ein richtig schönes buch gelesen ich empfehle es euch ihr seht es auf unserer seite da könnt ihr sehen wo er es bekommt versucht dieses jemals wie gesagt die die schon alles haben das haben sie nicht das nicht hält ein jahr haben sie lange was davon wenn sich die glas vitrine stellen teilt uns abonniert uns haut aufs glöckchen kommt morgen wieder ich warte hier jeden tag ich meine wenn keiner von euch kommt dann bin ich sautraurig und dann gelingt mir das alles nicht was ich machen will und schön dass ihr heute dabei und tschüss